Mit einem großen Aufgebot an Unterhaltung, Präsentationen, Vorführungen und jede Menge Aktionen für Groß und Klein zog das Gewerbefest im Gewerbegebiet Schneeberg am vergangenen Sonnabend bei bestem Wetter tausende Besucher an. Reges Treiben herrschte auch auf dem Gelände der Stadtwerke. Neben Baggern für jedermann hatten besonders die jüngeren Besucher viel Spaß auf der Hüpfburg und bei den zahlreichen Kinderattraktionen, beim Kinderschminken und mit dem Ballonkünstler. Winnie der Bär sorgte zudem für Unterhaltung. Wir werden demnächst ausführlich über das Gewerbefest im Gewerbegebiet Schneeberg berichten.